Herzlich willkommen zur heutigen Atemübung, die zwar im Kohärenzrhythmus ist, aber in einem kürzeren Kohärenzrhythmus, als du es sonst gewohnt bist. Diese Atemübung ist genau dann für dich geeignet, wenn du häufig in der Kurzatmigkeit leidest und deine Kontrollpause noch nicht so hoch ist. Also lass uns beginnen. Atme einmal tief durch deine Nase ein, spüre dabei, wie die Luft sanft durch deine Nase einströmt. Halte den Atem einen kurzen Moment, bevor du jetzt ganz langsam und vollständig ausatmest. Erlaube deinem Körper, sich bei jedem Ausatmen noch mehr zu entspannen. Und jetzt geht's los. Atme ein, atme aus. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, stell dir vor, wie eine warme, beruhigende Energie dich umhüllt. Diese Energie ist wie ein sicherer Kuckung, der dich vor Unruhe schützt. Mit jedem Einatmen näherst du dein Körper und Geist mit Ruhe und Sicherheit ein. Jeder Atemzug vertieft dein Gefühl von Sicherheit in deinem Herzen. Du bist jetzt sicher im Hier und Jetzt, in diesem Moment, denn es ist alles in Ordnung. Lass sie einfach durch deine Füße ausfließen. Du bist umgeben von einer unerschütterlichen Ruhe, ein, die dich durch alles tragen wird. Aus. Ein. Jede Zelle deines Körpers aus. Ist in Sicherheit. Ein. Jede Faser deines Seins aus. Entspannt sich mit jedem Atemzug ein. Noch ein bisschen mehr. Aus. Die Sicherheit, die du fühlst. Ein. Ist tief. Ein. Ist tief. Und wird. Aus. Von jedem bewussten Atemzug ein. Weiter genährt. Ausatmen. Ein. Aus. Und komm langsam wieder aus der Atemübung zurück. Da, wo du jetzt gerade bist, bewege deine Finger und deine Zehen. Wenn du deine Augen geschlossen hattest. Dann kannst du sie jetzt öffnen. Du kannst gerne auch diese Atemübung sofort wieder holen oder sie zu einem späteren Zeitpunkt heute noch einmal machen, wenn dir das Gefühl gefallen hat. Das Gefühl, was du dir selbst hergestellt hast mit der Kraft deiner Atmung. Denke daran, dass dieses Gefühl der Sicherheit immer nur einen tiefen, bewussten Atemzug entfernt ist. Jederzeit, wenn du dich unsicher fühlst, kehre zurück zu deinem Atem. Denn er ist die Brücke zu deiner inneren Festung der Sicherheit. Alles Liebe und bis später, deine Maria. Natürlich ist unsere App sowohl im App Store als auch im Play Store verfügbar. Hier erwarten dich eine breite Palette an Atemübungen, tiefer gehende Inhalte und die Möglichkeit, an Live-Sessions teilzunehmen. Dein Weg zur inneren Ruhe und Entspannung beginnt hier im Atemflow Online Studio. Schalte ein, sei dabei und lass uns gemeinsam den Atem fließen lassen.